Musik Oh mein Gott, ich mach zu... Bevor das eigentliche Video beginnt, möchte ich noch ein, zwei Sachen sagen. Nein Leute, ich fang nicht wieder mit YouTube an. Ich habe zwar ab und zu noch Bock, jetzt wo ich die Pläse wieder habe, Videos hochzuladen bzw. zu schneiden. Ich habe mir auch überlegt, einen neuen Kanal zu eröffnen, das ist aber alles noch nicht fix. Ja, auf dem Kanal wird es eher ruhiger werden. Ein Pack Opening gibt es jetzt dann gleich noch, das ist ja jeder Titel. Und vielleicht noch ein paar Best-of, je nachdem wie es halt läuft. Ja, das war es eigentlich. Jo Leute, was geht? Ich bin es mal wieder, euer Markus Blaze. Und heute, bzw. Leute, sorry für die lange Pause, bzw. dass jetzt gar keine Videos mehr kamen oder halt irgendwelche komischen Streams. Das lag daran, dass ich für fünf Monate jetzt meine Pläse nicht mehr hatte. Ich werde jetzt in Zukunft weniger zocken. Mit YouTube werde ich wahrscheinlich eh gar nichts mehr machen, wie schon mal gesagt. Heute gibt es jetzt noch ein Pack Opening. Und zwar... Du hast mich gerade... Ich habe nur Gutes über deine Siege gehört. Grand Slammer. Kannst du jetzt bitte... Die 54 E-Suchen-Typen wie dich. Kannst du bitte leise sein? Danke. Also, den Grand Slammer habe ich gerade fertig gemacht jetzt. Und... Ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt mal auf. Wir haben hier 20er-Bündel mit keinen Dubletten. Dann haben wir hier eine Tarnungsbestechung und eine Drillingsbestechung. Bei der Drillingsbestechung ist es so, Leute, da werde ich absolut zwei Waffen doppelt ziehen, weil ich einfach schon alles habe, bis auf die Olympia. Das soll mir aber jetzt in dem Fall eigentlich egal sein. Ich hoffe halt nur, dass keine anderen Waffen rauskommen, sodass ich dann schlussendlich, dass es sich da mehr gelohnt hätte, wenn ich es da aufgemacht hätte. Also hoffe ich jetzt mal nicht. Warum ich es letztes Mal nicht schon gezogen habe, verstehe ich auch nicht. Weil ich habe den Vollstrecker doppelt gezogen. Und... M16 und... Max GL, glaube ich. Wenn es mich nicht täuscht. Verstehe ich nicht, warum ich da den Vollstrecker ziehen musste. Weil Nahkampfwaffen... Habe ich schon lange alle. Also... Aber ja. Ist ja jetzt eh egal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen hier mit den 20 Dubletten an. Dazu möchte ich aber auch noch sagen, dass ich hier... Bei den Visitenkarten... Bei den Schwarzmarktvisitenkarten... Einfach alle habe. Das heißt, Visitenkarten werden wir mal keine bekommen. Und... Bei den Outfits... Von den Charakteren... Ist es eigentlich auch... Nicht mehr so viel, was ich ziehen kann. Hier noch ein Zweiköpfe. Körper habe ich alle. Dann hier. Was haben wir hier wieder? Ja, Körper haben wir auch alle. Hier noch einen Kopf. Aber der gefällt mir jetzt eh nicht so gut. Aber... Ich habe so gut wie alles, Leute. Ich weiß nicht, ob bei den Dublonen... Einfach auch... Äh... Die Waffe mitzählt. Oder einfach nur... So random... Stuff. Wie Gesten und so... Zeug. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Und gerade habe ich noch gedacht, der Tag könnte gearbeitet werden. Nein, ich trottel, mach gleich den auf. Egal. Bruh. 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 Net. Ganz im Ernst. Net. Will mich das Spiel gerade ficken. Ist heute dein Glückstag? Ich gewinne so oder so. Digga, ich ziehe absolut drei Waffen, die ich schon habe. Guck mal, ich bekomme wieder alles doppelt. Genau deswegen bist du... Weil Visitenkarten habe ich alle. Ich hoffe, dass da jetzt irgendwo die Waffe drin ist, sonst dreht sich aus, ne? Digga, ich bekomme dreimal die gleich... Jetzt entweder ich habe den ganzen Stuff wirklich noch nicht. Oder es ist einfach gerade so verpackt, dass ich einfach nichts bekomme. Das ist gerade wirklich eklig, Leute. Ich nehme dir das dann mal ab. Für einen Bruchteil des Preises, natürlich. Ja, jetzt habe ich diesen Kopf bekommen, Alter. Ich wäre so hype, wenn da jetzt irgendwo die Waffe drin wäre. Und ich habe eigentlich keinen Bock mehr COD-Points auszugeben. Ich habe schon zu viel COD-Points ausgegeben, nur für die Waffen. Ich habe jetzt... Ich verstehe jetzt absolut nicht, warum ich da jetzt nicht gezogen habe. Und sag nicht, ich wäre nicht fair. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Da... Ach so, nee, Cap habe ich noch nicht, Alter. Mein Firebreak. Vor allem, man sieht auch, wie es rum laggt, einfach. Randfackel, Hitze. Ich mache mal Augen zu. Nochmal. Ne, Gion, Alter. Ja, Leute, das war's. Genau deswegen bist du zu mir gekommen. Ach Gott, Alter. Zwei epische Doppel, zwei legendär Doppel, 22 seltene Doppel. Und man... Und es steht aber drauf, man bekommt keine Duplonen. Alles klar, Digga. Wenn das Sinn ergibt, dann... Ja. Also derjenige, der es versteht, wie das jetzt hier abläuft, der kann mir bitte mal schreiben. Mein GameAttack ist Balkon, 222-Jessic. Weil ich verstehe jetzt gerade diese Aufteilung hier von diesem Spiel nicht. Was unter keine Duplonen fällt. Die Tarnungsbestechung, die machen wir jetzt auch auf. Das ist nicht schwer. Genau. Jetzt haben wir die Lilane auch noch. Sehr gut. Sehr gut. Die Tagesdoppel kann ich erst in zwei Stunden... Ne, in drei Stunden auch machen. Dann mache ich jetzt noch 1, 2, 30 auf. Dann gucken wir uns mal die Lilane Tarnung an. Aber ihr seht, Leute, ich kann da aufmachen, was ich will. Ich bekomme absolut nur mehr alles doppelt. Das ist... Es zahlt sich eigentlich fast nicht mehr aus hier. Sturm. Das sehe ich zweimal die Argus aufleuchten. Ich mache nochmal auf. Alle Kryptos will ich nicht verballern. So, sagen wir bis 300 Kryptos, verballere ich noch alles. Das heißt, noch ein, zwei Kisten. Und zeig ihnen, wie man das macht. Oh, eine Kiste noch, dann ist es mir verrascht. Das passt nicht zu deinem Image als Arschreder. Ja, das ist lächerlich. Kommt. Da kommt nur mehr alles doppelt, Alter. Da kommt wieder 97 Kryptos, Leute. 97, ey. Soll ich 400? Mach ich noch ein, zwei auf? Da ist nix, was in den Dingern drin ist. Aber ich bekomme halt absolut nichts mehr. Nur mehr alles doppelt. Das ist Wahnsinn. Das ist so lächerlich. Ach, jetzt lagts wieder. Fehler beim Öffnen der Vorschläge. Hier werden die Dings auch nicht mehr angezeigt, irgendwelche Köpfe oder so. Ah, alles klar. Hey, ich erkläre es dir nochmal. Schlüssel können gegen Waren eingetauscht werden. Keine Kryptos, keine Ware. Ah, alles klar. Wie die einfach gerade alles weg waren. Ah. Wenn kein Duplone habe ich einen Kopf bekommen und zwei würde es geben. Aber, eh, gut. Was haben wir hier? Genau hier haben wir den hässlichen da. Sieht richtig mies aus. Äh, 35 Millimeter, okay. Mhm. Hier haben wir noch einen Körper. Äh, ja gut. Der sieht eigentlich nice aus. Der gefällt mir wieder nicht so. Ah, der sieht geil aus. Ja, Mann. Die Köpfe sind irgendwie alle so komisch. Ich weiß auch nicht. Das sieht so hässlich aus. Gleich wie das hier. Hier nie. Das ist so, keine Ahnung. So. Todesläufer. Ja, sieht auch witzig aus, aber hier der Körper ist zum Beispiel nice. Und hier, da fehlt noch was. Und hier hätte ich auch noch drei Körper und das ziehe ich alles nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist so richtige komische COD-Logik. Die Sicherheitsgeschütze spielen schon den ganzen Tag verrückt. Okay. Dann mal los. So, ein, zwei Kisten gehen noch, Alter. Weil, 300 habe ich gesagt. Das ist der ganze Rest von deinem Zeug. Aber es leckt schon wieder. Es ist so eklig, ne? Da, weil man von Teufel spricht. Kommt der Kopf. Der Prügel, Allah. Ach, Dega, ich habe so keinen Bock auf die Plex, Allah. Von, gönnt euch. Ich habe einfach... Ich habe einfach die... Dega, ich habe einfach die Olympia nicht gezogen. Einfach, weil ich die kack... Dega, was ist das, Alter? Gönnt euch mal. Ich habe die... Ich habe einfach die Scheiß-Dings nicht gezogen. In ein Dreier-Pack. Mit Waffen... Mit garantierter Waffenbestechung. Ich ziehe einfach drei gleiche Waffen. Was ist das... Was ist das für ein Scheiß, Alter? Aber wir gucken uns jetzt hier mal die Lilane an. Akanes Feuer. Ich finde die Grüne fast schöner. Die sind ein bisschen intensiver so. Ja, das sieht zu... Das Lila sieht zu komisch aus. Ich finde Grün fast geiler. Aber Leute, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare rein, was ihr jetzt davon hält, dass ich hier so eine Scheiße gerade gezogen habe. Ich kapiere das jetzt absolut gar nicht. Also ich komme damit jetzt überhaupt nicht klar, was es hier gerade soll. Ich will eben so sehen, was es ist, wie du. Jetzt ziehe ich einfach keine Olympia in der Dreier. Digga, was ist das halt? Das ganze Spiel ist verpackt, man. Ja, okay. Ihr könnt ja eine Bewertung da lassen, wie ihr wollt. Dann würde ich sagen, haut rein. Und ja. Macht's gut.